Kekpeller Treppe ist legion ich rotiere Ich höre die Sound hier Bleib mal da, ich versuch mal mit von oben Irgendwer aufzumachen Kannst du jetzt machen? Ja ist weg, ist weg, ist weg Alter wie das nervt Da muss ich wieder dran Durchfach nochmal Ja ich hab nichts mehr Wo? Äh in Garage Vorstäblich Vor dem Jet Nice Wie hat das Bandit überlebt? P4 kommt, die ist auf der Treppe Auf der Treppe Was läuft hier überhaupt noch? Ich hab gerade hier mit ihr ein bisschen zu tun Mach mal ein bisschen rum mit ihr GAMING 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 Ufff, das war knapp Weinkiller sind zwei Direkt an der Bombe bei Weinkiller Wie, der ist unter Rotation Unter Rotation Hinten geradeaus wieder beim Snowmobile ist wieder einer Rächtet aus mit der Kamera bei Baaach, Connector GAMING 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 Den Weinkiller gehen auf Bei Treppe Fein Spatter Fein Keller, kommt wieder einer, echt liegt am Boden, kommt gekrochen Guter Call Wer ist hinten Siehst du hinten noch? Weiß nicht, blu blu Gut, der ist zweit Was? Schalldämpfer Schalldämpfer Blu Plast Blu 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 BIEF! War nice mit dem Schalldämpfer. Alter, verweidere! F*** dich doch, ey! Garage. Vor allem Fenster ist Kapital, der geht gleich drauf. Von ganz unten kommt wahrscheinlich Pluck. Da ist frei, Roshi. Da ist schon einer drinne. Das hört sich zumindest so an. Ja. Was ist hier close bei mir? Oben, oben ist, höre ich eigentlich. Im Office. Ne, kam von unten. Sorry. Ja. Alles gut, Kapital, von unten. Kommt, ist es. Hier oben. Hab den nicht gesehen dort noch. West Main Stairs. Last one. Ja. Ja. Oh, hey. Nice. Last one. Also schade, dass du das nicht 100% die ganze Zeit hochkommst. Der hat mich wahrscheinlich die ganze Zeit angeguckt. Schade. Ich war mir aber auch nicht sicher, aber ich dachte auch, das wäre oben. Das kann echt mehr nach oben als hoch. Der ist in Gaming. Der ist in Gaming. Ich habe zu viel. Der ist in Gaming. Der ist in Gaming. Der ist in Fireplay, der ist in Gaming. Der ist in Gaming. Ja, wir rotieren mal zu Gaming, bitte. Der ist schon in Blue. Der ist schon in Blue, oder? Ja, ja. In der Stunde bist du auf. Der ist wieder hochgelaufen. Ah, ja. Och, alter. Ja, kann ein bisschen zu spät, sorry. Der ist in der Mitte. 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 Fireplay. Fireplay Treppe. Ja. Nice. Okay, das ist patata. Das ist schön. War ja ein Master-Poker. Der Ledge ist, glaube ich, offen. F**k. Denk am Drohnenloch. Äh... Tockepi. Tockepi. Okay. Okay. Eine Seite hoch. Wer warst du? Oben, Master. Wo waren und wo? Wo im Master? Ne, ne. Ich bin von dir vorne in den Gang. Von Master, wo er drüben kommt. Komm mal, ich geh mal rausfinden, wo. Der ist auf dem Balkon hier oben, glaube ich. Mit Main Show. Oh, das ist verkackt. Ich dachte, wir sind unten. Oben, unten? Unten, nein. Na, kriegt er mich noch. Ich bin oben vom Balkon runtergesprungen, aber ich dachte, der rushed jetzt rein. Ich komme hinter dem Meer. Stattdessen, guck jetzt mal, komm, wie ich da runterspringe. Hm.